So, Brüder! Hey Moos! Hey Moos! Habe ich doch gesagt, ich habe erst gemeint. Ich weiß. Ich bin aufpassen. Ja, klar! Ja! Wie ist das? Das ist geiler. Hallo! Ein Emo! Ein Emo! Lass mich in Ruhe, dann gehen wir gleich ritzen, oder? Hier hat man nichts verpasst. Noch ein Emo! Ach ne, so ist ja einfacher. Das geht schneller! Ich habe mir gleich ein Bettchen durch. Das ist einfach. Tobias! Tobias! Sag mal was! Ja, Bier! Das ist Tobias sein Haus! Hä, das ist halt ein Praktikum! Was, Alter! Ja! Ja! Natürlich sein Praktikum, ey! Den Medikai zu machen müssen! Ich habe das schon Praktikum, ey! Ich habe das gemacht! Aber finden Sie die ganze Zeit ein bisschen hart? Ja, ja! Ich bin der Arme, Alter! Ja, aber, ja! Ich bin der Eger-Tacke, scheiße! Ich bin auch noch schlimmer! Ja, echt? Der ist in der Sache, was? Es war schön! Mettler auf der Strecke, ey! Wo sind wir ab? Ey, toll, ne? Panikku! Ey! Panikku! Ist klar! Ist klar! Hey! Börse, wenn du hier mal dran bist! Äh! Hallo! Hey! Hallo! Na klar!